hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play bad company 2 mit einem wunderbaren special wir haben einen gast dabei der julian ist am start sag mal hallo hallo und er richtet sich gerade über seine interne verbindung auf er hat eine 100.000er und wurde nähe von hamburg oder würde ich mich auch so aufregend ehrlich gesagt als vergleich ich habe eine 16.000er leitung bekommen davon 5000 errichtet mann alter so oft mehr mann ja mann das ist sehr ganz nix du kannst auch nicht so buddy buddy nur lecker aber ja wir haben eh gleich verloren naja ich würde mal sagen allergeilig mit dem letzter ich habe minuspunkte so drauf das war das mal in irgendein haus schimmeln in irgendein haus schimmeln oh ja erst mal die map klotzen brauche mich auf die battlefield 3 folge wenn die hoch kommt oh ja war irgendwie geil die folge alter was hat das denn jetzt seht ihr jemanden? ne ne? ich not das ist das browning wo ich hier dran bin seppu ah ja ok das browning m2 das brownie m2 der brownie mit liebe alter 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 wurde überfahren ich hab ihn du bist unser letzter mann also bleib cool super du bist unser letzter mann du bist unser letzter mann ich bin verfahren worden haha man was war die scheiße das ist mega bitter ey das ist mega mega bitter da ist doch ich hoffe ich kann man sich in den hühnerstall setzen? oh ist er alter da ist gerade jemand in der hirn schon ja ne das war ich ach so du trottel ey nein ich will mich in den hühnerstall rein hoffen aber das geht nicht haha mein finger juckt wollen wir nicht mal vorrushen oder sowas? könnt mal machen ja weil da rumgammeln ist ein bisschen langweilig oh mein god tot oder was? ja wo bist du seco? ich bin nicht ohne spaß ich bin der skiller man ich hab ich bin schon wieder tot ey ohne scheiß ohne witzig ich hab'n durch vor lauter bäume hab ich den wald nicht gesehen oh ja haha und du willst was bringt's mir wenn ich Sunny bin und immer vor euch krepier? ja echt man du musst zum schluss total sinnvoll du musst zum schluss drauf gehen wenn dann da vorne ist irgendwo einer boah ich geh jetzt an das scheiß teil ran haut dem nirgert ich ja ich hab dann das mal nirgert okay der hin gibt leute ja verpiss dich weil der wie der übelst gebächt wird von uns unserem team mega dickes team boah die sonne ist so derbe am sonne ist so derbe am lecken ne ne ja die sonne ist echt dick am lecken ey weil alter 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 wot wann das'n oh mein Gott wo das schießen die ja schon ich krieg hier gar nix hin mach dir nix draus ich bin genauso schlecht ey ich hab schon zwei kills yo ich hab noch keinen kill und bitte nein irgendwo werd ich beschossen ich seh ihn ja niemand ey wo 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 ey alter lass da noch mal erika zocken ne runde oh ne scheiß ey erika ist wesentlich geiler ich bin schon wieder tot ohne witzig rage quitte gleich haha ich hab 0.9 mit Minuspunkten man so schlecht so gut was du noch nie ich wünsch man könnte sich hinlegen ich find es ich find es gut ja bestimmt ich will es bitte dass man sich in dem spiel nicht hinlegen ja das ist am zum glück weil mach ich das in battlefield 3 immer und dann camp ich die ganzen leute nieder wo sind sie ey ach du rücken hin auf du bist so ein motherfucker ey wie kann es sein dass es eine drohne killt ich verstehe ich auch nicht oh ne witz wir sind so schlecht grad ja ihr könnt von mir aus nachher eigentlich auch mal battlefield 3 zocken wenn ihr wollt denk dran du hast nur zwei stunden ne ja ne heute darf ich zocken solange ich will echt ja das ist gut wow habt ja ich benefit bei premium ich hab nur was normal ich hab auch ich hab ein ich hab einen erweiterungs-spec weil ich die limited edition habe weil ich die limited edition habe weil es der board premium ja alte bronze ja mann du hast auch nur ja gut du hast ja meine version gekauft also gekillt ich dann quasi ja oh my god ich bin schon chill 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 buddy oh jetzt ist mein magazin leer ey ich darf mich eh nicht aufregen ich darf mich eh nicht aufregen ich bin inneres ding wieder abgenommen ich krieg so eine fett auf die fresse ich bin schon ich fett auf die fresse ja ich höre ich gleich oh sebo ja warum bin ich so schlecht weil wir die map nicht kennen ja lass da nach erika zocken ich zock die map immer ich hab ein kill ich hab ein kill ah nein oh ne witz sebo ich hab ein kill ich hab ein kill oh du bist die schnitte oh ja ich bin die mega schnitte mega schnitte mega schnitte mega schnitte ich geh mal zum lupen alter ich hab eins zu zwölf leckt mir die feier und oh ich hab zwei zu acht das ist viel geiler bestimmt gar nicht empfehlen oh immer werden wir haben etwa super beschossen alter wo kommt schon ich muss erstmal mein headset anmachen mach jetzt mal einen auf dreckscamper ich hab jetzt mal mein surround system hab ich gerade mal angemacht kein wunder dass ich nichts höre oh nein oh ich hasse es einfach du bist geknabert worden oder was oder vom panzer ey alter ich bin zu scoot ne ich bin schon wieder tot das kann doch ganz sein alter ich verreck einfach so ich lauf und sterb ey sollten die normalerweise das nicht attackieren langsam halt den punkt die ja ne die machen das wie ein mw2 sprengkommando die äh spawn trappen uns einfach ich bin schon wieder tot und spaß ich ich ragequemite nicht das geht mir auf den sack boah ich werde immer getötet oh ich hab mal den 2 ausgeschaltet boah alter bin so gut ich hab eins zu flitzen ich komm nicht klar auf mein Leben ey so gut war ich noch nie alter meiner 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 von wo denn gerade mit irgend so einer hohe im panzer warte mal ganz kurz oh mein god den hätte ich so locker gehabt ich wär auch immer voll nervös wenn es ums schießen geht und schieße ich auch immer voll daneben leck mich doch am arsch ich hab ihn jemals lokalisieren ja wohl ich hab nen kill ich bin der baba ey du bist mal nuli defensiver killer oh mein god die sind ja überall ja das stimmt wohl die sind ja überall oh oh ich bin so schlecht boah ich bin nur zum aufklärer auch wenn ich da drin voll schlecht bin da kann man noch einen der da drin schlecht ist sehr wohl hallo mittlerweile gehts ja wohl oder hallo ich wurde aufs spiegel geworfen warte der grundteam baller echt nicht oder was oh weil die server voll sind wo der der julian aus was das geht dann los ich will eh gehen lass gehen wir können die eroberung oder so ja auf erika aber ok die werb ist um einiges geiler da kommst du ja auch nicht auf nen grünen zweig da komm ich ne da kommst du echt nicht auf den grünen zweig eigentlich wollte ich ja endlich mal ne 1er kt shoppen in dem spiel aber jetzt hab ich ne achso gut das ist ein dommys sein warte mal ich komm mal still mit dem anderen account ne doch nicht bleib mit dem oh god ich hab ne 0,6 3er ich hab 0,4 3 was hast du ne belfi 3 hast du da ne 1er was hast du ne belfi 3 ne 1er kt ne die hat mir das ja wohl versaut sonst hätt ich eine bist du behindert ist so wie ich wie ich dein account gekriegt habe hattest du 0,4 oder 5 ja was meinst du wie oft ich gezockt habe hier bei battlefield habe ich 0,9 ich hab bei meinem mojo kanal habe ich 0,98 so ja ja mojo 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 es ist echt scheiß drauf servo was lass einfach Atakama zocken das geht ja auch ach das ist das mit den flugzeugen ja wenns jetzt wieder so brutal lag wie gestern haha oh das war geil ne das war nicht geil das war mega geil nein das war nicht geil das war geil das war absolut nicht geil guck es hängt schon wieder gute voraussetzung sehr geile voraussetzung jo ich zock jetzt mal mit dieser waffe die aussieht wie eine paintball waffe oh flugzeug voraus das nennt sich auch schnell panzer voraus heli bist du bei uns im team julian oder oder wo bin ich nein guck grad bist du überhaupt bei uns offizial doch bin ich ja ja aber du bist im gegner team heli verpiss dich du arschloch ich hab den heli mit der wandel raus getroffen mal da bin ich bin ich ein gott seppo bin ich ein gott bin ein gott oder ja bin einfach ein gott ach dann spiel ich erstmal gegen euch mach das wo bist du seppo da dahinter dir leute leute die heli hätte ich fast getroffen mit granaden ich hab mal bei ähm battlefield 3 einen c4k gemacht ne hab das dann hochgehen lassen und dem moment ist ein heli ziemlich knapp über mich geflogen da hab ich ein heli mit dem c4k gekillt alter ja das war geil das war richtig geil da wurde ich erstmal hacker beschimpft warum auch immer leute das war er aber ich habe Ja, ich hab ihn. Hast du den, der wo er in mir war? Ja, ja, den hab ich. Nice, nice. Da ist noch einer, da ist ein Panzer. Hab ihn gebrochen, aber ich bin selber. Oh, ich bin Panzer. Panzer, ich begrüße hier. Panzer, ich begrüße hier. Ich glaube, das war mal der Utzi, Alter. Die zocke ich normalerweise immer in dem Spiel. Haben wir überhaupt irgendwie den Safe-Punkt hier, ne? Haben wir irgendwie swag, Alter? Nein, Mann. Ähm. Drive jetzt mal ne Runde, Panzer. Ja. Aber ich geh zum Heli, wo ich... Lass mich fliegen, du kannst es nicht. Ich bin aber eher wie du. Nee, bist du nicht? Ja, ich hab dir Platz gelassen. Nachladen. Lass uns Heli fliegen, Digga. Ich bin echt mal gespannt, was da draus ist. Oh, andere Heli, wir müssen nicht kaputt machen. Sehr gut. Ha, ich hab heut fast getroffen. Hör auf in der Scheiße. Oh, ich bin Heli getroffen. Nein. Oh, der Heli ist gefailt. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Ich bin mal ausgestiegen. Panzer. Rein. Nein. War ne gute Idee, ich bin nämlich grad abgestürzt. Fuck. Haha. Ich bin tot. Alter, ich hab den Panzer angeschossen mit meinem Heli und ne Rakete draufgeschossen. Der hat immer noch 100%. What? Ja, Mann. Ist halt Cheetah Heli. Cheetah Panzer, meine ich. Ich komm natürlich so zusammen. Meine Figur ist so fett. Da ist noch einer hinterlopfen. Wow. Das ist ein Botza-Holz-Figur, ey. Lass mal ein bisschen hier kämpfen. Da war einer. Wo war einer? Asten. Klar, Mann, aber da ist noch einer. Nein. Voll schlecht geschossen. Ey, leg mich am Anus. Sag mal! Razzle! Village doch mal drauf! Ert bräuch still. Der schluckt und schluckt, na? Hey, wie hast du nicht grad'n genildet, Yuland? Wie heißht'n? Wurde Grad vom Yuland getötet? Ja. Oh, yes, baby. ich will auch zu den pc das ist viel geiler verstehst mit deiner scheiß verbindung ja eindeutig das liegt nicht aber recht das liegt nur an deinem internet mit 100.000 gerade so mit dem letzten schuss noch jemanden gekillt bei dem kaputten schiff in der nähe von b da ist ein kaputtes schiff klar auf das ist eigentlich sehr komisch wenn die sich nur so weil sie keine eier haben oh man ey was ist das denn heute diese panzer geht mir ziemlich auf die eier mann ich chump mann unter boah diese sonne blendet mich einfach nur da ist er schon wieder alter weg 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 panzer jetzt kommt von vorne noch ein gegner ein gegner ein gegner ein gegner oh gott leckt so komisch manchmal bei mir ich verstehe das nicht warum leckt das auch nicht kann auch an deinem rechner liegen muss nicht unbedingt an der internetverbindung sein hab ich noch lol an mal wieder rechner defragmentieren oder so mal aufräumen oh man es kann übrigens sein dass ich gleich mal kurz fahren muss weil wegen essen und so aber geil aber ich bin auch in den heli reingekommen doch ein b der fliegt jetzt nicht gescheit von wo denn ich renne aber in der offenen welt rum ein leckiger marsch wir werden von dem panzer abgeschossen hopp 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 was denn du selber du schlägst Haken wie so ein kandickel ja weil ich beschossen werde ach ich schieß war zu arm mit der bazooka vielleicht treffe ich da einen von wo schießt der und schießt zurück äh von C weil ich gerade gehen muss und das ist ziemlich langreich und da muss ich doch irgendwas abschließen oh man da ist ein dicker panzer wo? bei A ich seh den nicht meinst du aufm weg zu A vom Schiff oder? achso ich weiß welchen du meinst hab ihn betroffen aber irgendwie macht meine panzer kurz halt mal keinen schaden naja wir kennen ja meine sachen und meine waffen die machen irgendwie auf zu arbeiten aber super ich will mal jemanden treffen ey oh 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 das gibt nichts oh man ich bin so schlecht Alter meine Fresse ey ich bin so schlecht ich bekomm nix gejizzn ey schau mal bei mir ist ja gut an flieg ich mit dem Heli oh ja flieg mal mit dem Heli ich bin drin ja nein 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 ich bin Glück habt alter hab grad fast einer reingekann lass den Heli da vorne bleiben der fliegt zu schnell für mein Lichtfell ach die werden beschossen ist ja wohl ja ich weiß seid ihr empfiezen? ja da unten ist ein Panzer ne? ja oh man ich werde euch krass getroffen was ist er weg? ich geh raus oh jetzt nein selbst eliminiert wir kriegen heute nichts gerissen ey ohne scheiß wir kriegen irgendwie nie was gerissen ey manchmal sind wir voll gut wir müssen auf Erika haben manchmal Erika Alter Sebo Heli Sebo Heli lass Heli Alter Sebo ja ich sterbe mal so oft ich hab 5 zu 10 das kann ja nicht sein die anderen wollen auch oh 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 ne jetzt ist so ein anderer drin liebe Sohn wo seid ihr eigentlich immer? ja ich bin im Heli und wer ist da unten ein Gefährt töten? wo bist du eigentlich? das kannst du uns ja auch mal erzählen warte wo ich bin? bei A ja wo du bist du bist bei A? ja ja dann sag halt mal wo bei A jawohl äh challenge immer tötet mich dieser Jax und tschüss und wo seid ihr? ich laufe grad in der Wildnis okay ich bin wieder bei A ja 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 ich bin schon wieder tot ohne Witz was kannst du überhaupt? schimmeln ja rot kann schimmeln ja rot kann schimmeln die sind immer noch bei A fliegst du die sind immer noch bei A fliegst du grad Heli oder wat? nee ich bin noch bei A ach da schieß ich da mal super schiss das ist grad nicht schass alter das Ding exportiert direkt vor meiner Fresse ey wie geil wie ich denn ein Gott servo? ja manchmal hast du euch nen Lack treffer kein Lack können alter nein die haben mich entdeckt boah ey wie ich schießen kann ey wie so ein Gott ohne Witz ich treff heute ich hab heute schon ins Boot man Heli aus dem Park ohne Scheiß Juden das dumme Geld aber muss man sich den ganzen Tag anhören nur weil er mal eine Blume getroffen hat Blume? ja ja klar man doch da grad irgend so ein PC boah aller Hilfe bei Fahrer gilt bin ich ein Gott oh man ist doch grad so ein der von mir weggerannt ist der wo Angst hat oh da ist ein Panzer oh da ist ein Heli alter ich muss sagen den hole ich jetzt erstmal runter alter ich hab ihn mal nicht getroffen leider I don't see anything Vito ach komm ey ich bin schon wieder tot ich bin auch schon wieder tot ey ich seh diese Leute teilweise gar net das ist heute richtig schlecht ohne Scheiß das ist richtig schlecht Entschuldigung so wie bei mir gestern ungefähr ich zock jetzt mal wieder Schrotflint vielleicht kann man ja damit was reisen Sebo Heli oh mein Gott der Panzer beschießt aus was soll ich denn hin lass mich fliegen geh schnell raus ich geh rein ja du bist geh rein ja alles aber wir sind so göttlich dass wir wir schaffen das jedes Mal schau mal schau mal ein Panzer der da ist geh mal eins mal die Leiden bei A ist jawoll der ist down alter da ist ein Heli nein das kann echt nicht sein ey ich bin so schlecht im fliegen was jetzt bin ich bitte alter du hast Panzer runterholt dahinten ist der Nummer der Healing wo seid ihr ich bin jetzt bei uns am Spawn ey Julian hast du bei MW2 schon mal den Jungs gepackt? ja schon öfters bist du mit drinne? ja alter ja meistens packe ich eher rein AC-130 das Kalk das hat diesen anderen Schopper kann oder ja der ist ja auch für den Arsch ja wir versuchen mal die Nukes bisschen anders zu machen nicht immer nur Ding rein zu machen äh das Heli nicht immer nur ähm Area AC-130 und dann Nuke sondern mal irgendwie keine Ahnung mit Vorräten oder so das ist nämlich viel geiler du musst mal du musst doch mal mit ähm ähm selber drehe dich? was? was ist das fix? ein Muttschatz? du musst mal versuchen die Nukes mit ähm dreh ich nochmal selber drehe dich mal in Richtung Face du musst mal versuchen die Nukes mit ähm einen Notfallabflug zu packen das ist geil und wenn du Glück hast ziehst du da 2 oder 3 Area raus aber das ist eher weniger wenn du Pech hast kriegst du halt nur Drohne oder so ok raus jawoll einfach mal fett in die Base gejumped oder was sagste? wo seid ihr? ey wahn ihr Peggy? ja wahn ich hab dich abgeschossen du Arschhure boah hey soll ich dir mal was sagen? ich bin so im Arsch was? wo bist du? ich war bei B ach du bist schon tot? ach Mano ich wollte dich ja ich töte mit dem Anzeigen ich war grad bei B aber na ich hab so schlecht geschossen ich hab so schlecht geschossen dass es passt einfach nicht zusammen so wird es laufen oh der Witzner servo ich trau jetzt mal im G3 das fetzt irgendwie okay ich bin in dem brennenden Panzer gesponged nice boah hier ist ein Verkehr ne da ist ein so da steht so viel Schrott rum das ist der Hammer naja wohl servo ich hab nen Gefährten fuck willst du mit? ich bin schon relativ weit vorne was habt ihr so ach so servo ich fühle dich ab ach so servo ich fühle dich ab im Moment der Anna holt rum weil er uns killt will wir sterben dir ganz schön scheiß ich will euch töten boah du hörst dich so echt wie Hardy an wer ich? ja yes das hat er das das hat er Passi auch schon mal gesagt boah alter alter ich hab nen Heli mit der Lenkrakete runter geholt aber find ich geil halt find ich geil alter man muss aber dazu sagen so das dumme Gelaber das hab ich eigentlich schon die ganze Zeit drauf ohne dass da irgendwie der Hardy im Spiel war also dieses dieses Miau oder was der immer macht das hab ich äh äh kannst sogar meine Klassenkameraden tragen aber das hab ich in der 7. Klasse unsere IT-Lehrerin immer genervt weil ich war ein bisschen begriffsturzig und dann immer geglaubt das ist ne Katze im Zimmer Könnt der fragen das ist für mich schon oh Gott scheiße Granate ah da haben uns gegenseitig gekehlt mit nem Kopfschuss gekehlt ah 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 ich hol mir ein Panzer Elisabub ich will sterben yeah quad nice äh alte achso ach ach oh ne ey ist ohne Scheiss oh ist ohne Scheiss ne ist aber weiss der mit Scheiss Spack Wer hat dir grad diesen komischen Panzer? Ah, ich hab da keinen Bock drauf, da krieg ich hinaus, ey, auf den Nuko. Ah, der Panzerschießbekehrt, weil er sauer ist. Hilfe bei kritischem Kill, ne? Oh man, 9-11. Naja, ich mein, etwas, ich hab 6-13. Ach, ist ja, aber du kannst halt nix, ne? Ja, das ist allerdings... Obwohl ich eigentlich noch schlechter bin, wie du. Ja, gut, du hast ein paar... Zumindest von der KD her. Pff, du Scheiße, der KD. Ich bin zu inkompetent, Alter. Äh, Hilfe bei Fahrzeug-Kill. Ich hab da einfach nur, äh, die Luft geflossen. Jawohl, jetzt war der Volver. Jawohl, Fahrzeug-Kill und so normaler Kill. Oder? Doch nicht. Lauter Staub. Hör mal auf. Das geht's doch nicht. Du normaler, auf jetzt. Ich mein, du, Typ für Klotschen. Ja, das ist sicherlich. Boah, du hast von... Wir gehen mal auf das kaputte Schiff, oder was sagst du? Oh. Boah, ha, ha, ha. Bei mir Granatenwerfer, fahr einfach rein, schießen in die Luft. Ganz schön wieder ein Heli mit einer Panzerfaust runtergekommen, ey. So, was Panzerfaust angeht, bin ich heute echt gut. Muss man mal mir lassen. Na, heute bist du echt nicht übel. Das muss man dir lassen. Wir haben einen Punkt eingenommen, wie nice. So. Da hinten war ein Gegner. Nein, ich werde beschossen. Von wo? Ha, das bin ich. Nein! Oh, oh, da ist jemand im Panzer. Ich kann mir mal die Mausen vom oben in den Schiffen, wenn wir auch keine sind. Na, Julian, wo bist du denn, hä? Wo ist dein Panzer? Lauf. War grad zumindest in deiner Nähe ein Schuss vom Panzer? Äh, ein Schuss von der Panzerfaust? Feuerbereit, nein! Ja, dann war ich das. Hö. Nein! Oh! Oh, ich hab da jetzt einfach rollt. Oh ja, Mann. Hey, Buddy. Hey, Buddy. Hey, Buddy. Hey, Buddy. Nein, ich will nicht sterben. Ich will auch nicht sterben, ich überlebe, ich das schaffe, ich das schaffe. Boah, ich bin grad so durchgekommen, Alter. Oh, ich hab's überlebt, da ist da ein Helpen-Hackert hier. Ja, ich hab's, ich hab's gesehen. Du hast es gesieht. Ich hab es gesieht. Heil mich! Oh, jetzt geht's mir wieder besser. Erstmal ein Medikit geschissen. Ja, war der wie in der einen Folge da. Mit dem Schiss am Anfang. War ganz geil. Alter. Alter! Boah, ich hab noch gekillt. Alter, fuck. Ich hab's gesehen. Oh nein. Oh nein. Nein, ich wurde reanimiert. Ja, wir sind eh gleich down. Ich bin am Trinken. Nur noch ein Schuss. Jawohl, wir haben verloren. Jawohl. Du eine Wiese, Alter. Wie ist das Maulkulasch ist das? Doch so. Wenn ich sage, mach mal Erika Haber oder so. Ja. Ja. Aber ich sag, ich mach erst mal einen Cut jetzt, oder? Also, und danach, also jetzt Cut und dann noch eine Folge Erika. Oder willst du wieder so eine 12 Stunden Folge machen? Ja, mindestens. Entschuldigung. Ähm. Entschuldigung. Alter, das hört sich an, das würde ich gekotzen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal hier einen Cut. Ihr wisst Bescheid, Leute. Beim nächsten Mal geht's weiter auf Harry, Eric, Harry Carver. Harry Carver. Harry Potter. Aber ich sag, das ist alles an einem Tag hoch, so als Special Mim Julian. Haut rein, Leute. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.